Herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Ich bringe heute nicht so gute Nachrichten mit, aber trotzdem könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das bei Spotify hört. Gerne auch ein Follow oder bei iTunes eine Bewertung. Ja, nicht so gute Nachrichten, denn das Comedy-Event vom nächsten UFC-Paperview fällt aus. Nate Diaz vs. Leon Edwards verschiebt sich um einen Monat nach hinten. Jetzt wird Leon Edwards vs. Diaz bei UFC 263 stattfinden. Und das hat so paar spannende Dinge an sich. Punkt 1. Es wird ein 5-Runden-Fight bleiben. Und das war ja prinzipiell jetzt schon eine Besonderheit. Das erste Co-Main-Event, welches kein Titelfight ist und trotzdem 5 Runden geht. Und Leute, es kommt mit UFC 263 noch verrückter, denn wir haben bei 263 bereits 2 Titelkämpfe. Wir haben Israel Adesanya vs. Marvin Vittori im Main-Event und im Co-Main-Event Davidson Figueredo vs. Brandon Moreno Teil 2. Bedeutet, Nate Diaz vs. Leon Edwards wird ein ganz normaler Kampf auf der Main-Card. Ein normaler Main-Card-Fight, der aber 5 Runden gehen wird. Wir haben damit 3 5-Runden-Fights, also eben die beiden Titelkämpfe plus Nate vs. Edwards. Und das ist doch etwas ganz, ganz Besonderes, dass die UFC hier tatsächlich sagt, hey, wir geben dir immer noch 5 Runden, obwohl du nicht einmal das Co-Main-Event bist. Das ist schon etwas Besonderes. Nate Diaz hat sich eine kleine Verletzung zugezogen und Punkt 2, den man ansprechen muss. Leute, was ist Leon Edwards bitte für ein unfassbarer Pechvogel? Der Junge tut mir so langsam leid. Natürlich hat er ein bisschen Schuld selber zu tragen mit diesen Eye-Pokes gegen Belal Muramat, aber so viel Pech kann man noch gar nicht haben. Zuerst sollte er gegen Hamza Shimaev kämpfen, dann gegen Tyron Woodley, dann gegen Shimaev, dann nochmal gegen Shimaev, dann gegen Belal Muramat. Dann gibt es da diesen Eye-Poke, diesen Eye-Poke, der diesen Kampf abbricht und dann kämpft er gegen Nate Diaz und der Kampf gegen Nate Diaz wird verschoben. Boah, ein bisschen Leid, ein bisschen Mitleid habe ich da schon mit Leon Edwards, aber wie dem auch sei, Nate Diaz fällt aus, hat eine kleine Verletzung, kommt aber am 12. Juni bei UFC 263 zurück. Und damit würde ich sagen, dürfen wir gespannt sein, wer jetzt das Co-Main-Event macht. Ich rechne mal mit Tony Ferguson, also bei UFC 262. Wir haben im Main-Event Michael Chandler vs. Charles Oliveira und vermutlich dann das Co-Main-Event Tony Ferguson. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Episode, wenn es die Preview gibt für die nächste UFC Fight Night. Folgt WeLoveMMA bei Instagram und damit bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.